Das ist eine Geschichte, in der wird viel gelogen und doch ist alles wahr. Redaktion Warenberger Bote Dieter Drümer suchte in den Stapeln, die sich auf seinem Schreibtisch türmten, noch einmal nach der Presseerklärung mit der Überschrift Niemand wird seine Häuser verlassen müssen. Es gab inzwischen tatsächlich ein Angebot von der Erbengemeinschaft. Er war auf der Pressekonferenz der Weinrips gewesen. Kaum, dass er noch einen Platz bekommen hatte, obwohl ihm die Wahl des Ortes gefiel. Die alte Villa Weinripp, halb zerfallen und prachtvoll runtergekommen, hatte sie die beste aller Kulissen für diese Veranstaltung gegeben. Die Anwälte hatten Wasser, Kaffee, Tee und Kekse auf zwei Tische am Eingang des Saales gestellt, Sprudel aus dem Osten und all die Kekse. Drümer fand diese Geste perfekt. Er bekam in manchen Wochen täglich ein oder zwei Briefe, in denen sich Leute aus dem Ort oder von anderswoher darüber mokierten, wie reich die Erben seien. Es überraschte ihn immer wieder, mit welchem Ehrgeiz sie Nachforschungen anstellten, um herauszubekommen, wie viel Kohle die Weinrips und die Weizmanns eigentlich hatten. Manchmal kam ihm der Gedanke, dass er als Journalist nur halb so gut im Recherchieren war, wie diese interessierten und hochmotivierten Bürger. Obwohl er noch zur alten Schule gehörte, hatte Zeitung machen, von der Pike aufgelernt und dazu ordentlich studiert. Trotzdem faszinierte ihn, welche Informationen die Leute hier in Warenberg manchmal zutage förderten, um sich die Welt zu erklären, wie sie ihnen in den Kram passte. Dieter Drümer verstand diesen Ehrgeiz, obwohl er ein Zugezogener war und seit zwei Jahren in einer Platte wohnte. Nun konnte er zuschauen, wie seine Ex sich mit den Erben herumschlug. Die hatte ihn ausgezahlt nach der Trennung und war in dem für sie viel zu großen Haus geblieben. Eine andere Lösung war nicht möglich. Er hatte keine Eltern, die über ausreichend Kohle verfügten, mal eben die Hälfte eines Hauses auszuzahlen. Er musste ausziehen und sich was anderes suchen, zur Miete. Tiefer kann man nicht fallen, hatte Dieter Drümer noch vor zwei Jahren gedacht. Jetzt dachte er das nicht mehr. Ganze vier Plattenbauten, die inzwischen saniert und auf Vordermann gebracht waren, gab es hier im Ort. Seit der Sanierung hatte seine Wohnung einen Balkon und wenn er auf dem saß, konnte er über ein Feld und auf den Wald schauen. Er kannte inzwischen so viele Eigenheime von innen und außen, dass er wusste, kaum eines konnte solch einen schönen Ausblick vorweisen, wie seine Neubauwohnung, die er so schnell nicht verlassen würde. Heute Abend also wollte der Stadtrat über das Angebot der Erben diskutieren. Es würde hoch hergehen und einmal mehr könnte niemand, der sich hier nicht auskannte, die Leute an ihren Redebeiträgen politisch verorten. Das war jener Teil an der Geschichte, der Drümer am meisten gefiel. Alle Gewissheiten waren über den Haufen geworfen und die Kleinstadtpolitik maßte sich plötzlich an, die Welt zu erklären. Das war traurig und komisch, auf alle Fälle sehr unterhaltsam. Noch nie hatte er so wenig Mühe gehabt, seine Zeitung vollzukriegen, obwohl manche inzwischen vorsichtiger geworden waren mit ihren Äußerungen. Hatten sich zu oft die Zunge verbrannt und kaum noch jemand hatte Lust, sich als Antisemit beschimpfen zu lassen. Er im Übrigen auch nicht. Jetzt!